Musik Boah, das ist ein Tor, ein Solz Jarrick Matera Kann er nichts mehr machen? Ausladen Tor für die Dirk der Wattenscheid 14 Sekunden Die Dirk der Wattenscheid sind in der Finale des Sparkassenbusters 2018 Das ist ein Applaus für den Ausrichter Glückwunsch Tor für den Ausrichter Tor für den Wattenscheid Der Tutscher in den Führung Tor für die Dirk der Wattenscheid Tor für Wattenscheid Tor für Wattenscheid Der Ausgleich Und für die Meldung Man hat sich sehr in die Wattenscheid 61 Sekunden Wattenscheid 3 3 3, 2, 1 Du musst ja nicht sehen Oh, für eine Kugelschweite Starkes Ding, eins zu drücken Und nochmal, 2-0 JB Hatscha 2, 2, 3, 2, 1 Der Weisler ist tot von der Boxsport Er ist tot von der Boxsport Amarck-Skoll weiß sich nicht mehr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es gibt 0.2. Es gibt 0.2. Beobacht! Beobacht! 0.2. Und jetzt ein Tor für Max Paul. Es ist Luca Suttermann. Ganz präzise Ausgleich. Und jetzt aber sowas von Drehn für Uwe Pallas. Für Bibelhausen. Unglaublich sicher. Der ist nicht drin. Und wenn Alariz vermischt und gerade 2.000. Die Nummer 7 Stillepunkt. Ines Ersie. Und ihr seht's wieder. Und links. Jetzt habt ihr mich in der Sutter. Jetzt ist ihr heute wieder ein Einzug für Max Paul Drehnhausen. Unfassbare Gefieße. Glück und schneller. Wahnsinn. Ihr habt's euch verdient. Das kann ich sagen. Vielen Begratulation vom Concordia Bibelhausen. Danke an euch für ein klasse Turnier. Mal angepasst. Ja, dann mach ich's da mal oben. Ich will jetzt wieder ein wenig auf den Bauen. Ich hab's da mal oben. Ich hab's da mal oben. Oh, das war's! Du bist heute mit dem Spiel. Du bist heute mit dem Spiel an. Oh, oh! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Und er ist drin, er führt nach dem ersten 9 Meter. Tim Nicomai für Grobe gegen Daniel Lombeck. Und er hat Daniel Lombeck. Und der zweite sitzt. Und er geht daneben. Damit können wir sagen Glückwunsch. Ansportversendung. Das ist der Halbfinaleinzug. Wir sehen euch Bock wieder bei der großen Finalshow am Nachmittag. Glückwunsch, Männer. Und großer Applaus auch für die Verlierer. Das ist der SV Eintracht-Probe. Großartiges Turnier gespielt bei Grasters.